hallo leute am wochenende hatten wir im familienverbund großen spaß mit handpuppen basteln ihr seht da hinten ein paar kandidaten auf dem sofa sitzen das ist wirklich die volle gaudi es gibt auch noch ein paar videos dann so anleitungsvideos wie das geht mein sohn luca arbeitet da gerade an einem tollen tutorial dazu und wir haben auch noch so ein video gedreht wo wir alle da am tisch sitzen und basteln das wird noch folgen und ich wollte euch jetzt von diesen vielen charakteren einen ganz besonders vorstellen weil der wollte unbedingt mal nach youtube ja hast du dich gerade schon vorgestellt oder stellst du dich noch vor über okay lass mich raten du bist ein zombie äh ja so ein zombie ist eigentlich tot oder Und trotzdem irgendwie noch lebendig, ne? Ja, und ihr wollt immer irgendwie, dass die anderen auch so werden wie ihr. Also ihr wollt es irgendwie nicht akzeptieren, dass die Lebendigen lebendig bleiben. Kannst du auch mal was anderes sagen? Was? Was?